Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute möchte ich euch mit diesem Modell demonstrieren, wie die perfekte Intimhygiene im Wochenbett aussieht, worauf ihr achten müsst. Da kommen ja viele Fragen auf und viele Mythen. Der Tampon, ist der erlaubt? Ja, nein. Was nehme ich stattdessen? Wenn nein, wie kann ich mich waschen? Wie sollte ich mich waschen? Oder muss ich mich überhaupt jetzt waschen? Darf ich baden? Darf ich duschen? Und ganz generell, worauf muss ich bei Intimhygiene eigentlich achten? Dann erkläre ich dir alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Kurzer Disclaimer vorab. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, die ja zum Teil durch YouTube-Blockung der Werbung ehrenamtlich ist, dann könnt ihr das tun, indem ihr Mitglied bei uns werdet. Könnt ihr einfach hier unten einmal schauen. In den Shownotes steht der Link. Da könnt ihr draufklicken und uns unterstützen, indem ihr Mitglied werdet und erhaltet nebenbei noch ein paar nette Gimmicks. Jetzt aber zum Thema Wochenbett-Hygiene. Fangen wir erstmal ganz vorne an bei einem großen Thema, der Tampon. Der Tampon ist mit das beliebteste Intimhygiene-Artikel bei Frau während der Periode. Über 90% nutzen ihn. Warum also nicht auch im Wochenbett? Weil es hier ein paar Besonderheiten gibt, wie du dir vielleicht schon denken kannst. Erstens ist der Wochenfluss nicht gleich die Periodenblutung. Also das periodisch abgestoßene Gewebe der Gebärmutter unterscheidet sich von der Zusammensetzung sehr, sehr von dem des Wochenflusses. Wochenfluss enthält vielmehr auch infektiöse Zellen. Keine Angst, diese infektiösen Zellen machen in den allermeisten Fällen nichts Böses bei dir, denn sie sind körpereigen. Das ist ein Zersetzungsprogramm, was da jetzt läuft, damit diese abgestorbenen Zellen und das Gewebe auch herauskommt, um die Rückbildung eben voranzutreiben. Dieses Gewebe möchte man raushaben und nicht irgendwo in einem Tampon speichern, sodass es noch potenziell Ärger machen kann. Tampon, wissen wir glaube ich alle, ist natürlich auch eine schöne Quelle für Bakterien etc., um sich zu vermehren. Also Tampon erstmal nicht. Zweiter Aspekt ist, sehr oft gibt es ja Geburtsverletzungen bei einer Geburt. Und man muss auch wissen, nicht nur die sichtbaren Geburtsverletzungen können stattfinden. Selbst wenn bei dir Damm und Vagina intakt waren nach der Geburt, könnte es zu Mikrotraumen, Mikrorissen gekommen sein in der Vaginalschleimhaut. Also klingt jetzt erstmal äußerst schmerzhaft. Selbst sechs bis acht Wochen nach der Geburt, wenn ihr zu uns GynäkologInnen kommt und wir machen die Untersuchung, sehen wir noch, dass die ganze Vaginalschleimhaut einigermaßen gerötet und ganz vulnerabel ist. Wenn ich da jetzt einen austrocknenden Tampon reinlege, dann macht das Ganze logischerweise nicht wirklich besser. Also die ersten sechs Wochen bitte keinen Tampon. Stattdessen lieber die gute alte Binde benutzen. Und da gibt es auch wunderschöne Baumwollbinden und es gibt auch sehr, sehr große Binden, die unter Geburtshelfern oftmals als Surfbretter tituliert werden, weil sie relativ breit und lang sind. Und die sind jetzt genau das, was wir brauchen. Wir brauchen etwas Atmungsaktives. Wir brauchen etwas gut Saugendes. Und hier gilt auch, relativ zügig wechseln. Alle zwei bis vier Stunden, aber auch je nach Wochenfluss. Du merkst es am besten. Wenn du merkst, ist wieder vollgelaufen, dann entsorgen. Kleiner Tipp an dieser Stelle auch für das Umfeld. Mülleimer. Erstmal mit Beutel und am besten mit Deckel, aber auch regelmäßig die Müllbeutel oder den Inhalt des Mülleimers entleeren. Denn wir haben eben schon die Zusammensetzung so ein bisschen diskutiert. Bakterien und die Stoffwechselprodukte, das riecht einigermaßen. Und wenn man da über den Tag verteilt, ein paar Stunden diese Binden drin lagert, könnte ein unangenehmer Geruch den Raum erfüllen. Gute Faustregel ist eigentlich bei jedem Toilettengang. Also jedes Mal, wenn du urinierst oder auch Stuhlgang hast, dann die Binde zu wechseln. Macht eigentlich jede Frau automatisch. Und wenn wir schon auf dem Klo imaginär sitzen, wichtiger Punkt, auch bei Geburtsverletzungen, das tut ja manchmal ganz schön weh. Selbst wenn man ganz normal uriniert, also Pipi macht, kann das ordentlich brennen. Liegt natürlich auch daran, diese Mikrotraumen haben wir besprochen, aber auch die größeren Geburtsverletzungen. Wenn da Urin mit Harnsäure drankommt, das brennt. Also immer in der Nähe haben, auf jeder Toilette, die ihr habt, ein Gefäß mit Wasser. Das kann so ein kleines Gefäß sein, es kann auch ein kleines Glas sein. Am besten hat es vorne so einen kleinen Ausguss, wo man relativ gezielt beim Pipi machen den Strahl verdünnt mit Wasser. Was auch sehr gut funktioniert, sind die kleinen Popoduschen. Vielleicht kennt ihr die. Ist ein absoluter Graus für den Popo, weil das spritzt natürlich die ganzen Fäkalkäme überall hin, wo sie nicht hin sollen. Unter anderem an die Vulva und in die Vagina. Aber in dem Zusammenhang sind sie gar nicht schlecht, denn man kann relativ gut dosiert das Wasser beim Pipi machen über die Vulva laufen lassen. Und es brennt dann weniger und gleichzeitig wird auch noch eine mögliche Geburtsverletzung gereinigt. Baden und Duschen. Riesige Themen, weil früher hieß es, vor allen Dingen beim Baden, auf gar keinen Fall machen. Man liegt ja quasi in seinem eigenen infektiösen Wochenfluss. Das ist gar nicht gut. Mittlerweile ist man ja Gott sei Dank zurückgerudert und hat gesehen, dieses Wundsekret ist eigentlich wie jedes andere Wundsekret. Ob ich jetzt am Knie oder am Ellenbogen eine offene Wunde habe oder eben den Wochenfluss. Die Zusammensetzung ist sehr ähnlich und deswegen ist ein kurzes Bad, wenn du das gerne möchtest, auch in Ordnung. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt genäht wurde und man ist jetzt längere Zeit zum Beispiel in einem warmen Wasser, kann sich natürlich Faden und auch das Gewebe ein bisschen aufweichen. Und wenn es sich etwas aufweicht, dann kann es potenziell sich natürlich so ein bisschen aufdehnen. Und das will man ja natürlich nicht bei einer frisch vernähten Geburtsverletzung. Also Baden ja, aber eben nicht die 30 Minuten, die du vielleicht von früher kennst, sondern eben nur die 10 Minuten und solange es der Kreislauf mitmacht. Duschen ist und war übrigens auch nie ein Problem. Ich habe es oft genug gehört, auch im Kreislauf. Ich darf ja jetzt erstmal wochenlang nicht duschen. Ist völliger Nonsens. Ihr dürft duschen, ist sogar ganz gut. Den Brausekopf, wenn man das Wasser nicht zu hart stellt, kann man sogar als Massage benutzen für den Bereich der Vulva. Dass man dort auf die Geburtsverletzung mit einem lauwarmen Strahl so ein bisschen das Wasser verteilt. Hat erstens so einen massierenden Effekt. Man fördert Durchblutung vor Ort. Durchblutung ist gut für Wundheilung und man hält die Wunde sauber. Jetzt kommen wir nochmal zum großen Punkt Seife, Waschlotion, pH-neutral, ohne Duftstoffe etc. Was macht man jetzt eigentlich, um sich trotzdem sauber zu halten? Generell erstmal zwei Regeln. In der Vagina, ihr erinnert euch, Vagina ist das innen drin. Das könnt ihr nicht sehen. Außen ist die Vulva. In der Vagina wird nicht gereinigt. Punkt. Geburtsverletzungen, offensichtlicher Dampfschnitt, Dammriss etc. wird nicht mit irgendwelchen Seifen und irgendwelchen Schaums und was weiß ich gereinigt. Finger davon weg. Hier gilt wirklich nur warmes Wasser. Die Vulva. Die Vulva kann potenziell auch mit einer Seife etc. gereinigt werden, wenn sie den pH-neutral ist, ohne Duftstoffe, Parfüme etc. Trotzdem sind da Tenside drin, also es muss ja irgendwie diese Schmutzpartikel haften bleiben. Die Empfehlung ist, auch davon die Finger zu lassen. Manche Frauen brauchen das aber, um den eigenen Wohlfühleffekt zu haben. Und das kann man auch machen. Was ich empfehle, ist tatsächlich warmes, also lauwarmes Wasser, einen solchen Baumwolllappen, der ganz ganz weich ist und ein Klecks Mandelöl zum Beispiel drauf zu tun. Mandelöl ist sehr Vitamin E reich. Vitamin E ist ein Antioxidant schlechthin, also auch entzündungshemmend. Und mit diesem kleinen Klecks kann man tatsächlich die Vulva reinigen. Grundsätzlich gilt beim Vulvareinigen, das habt ihr schon als Kind gelernt, immer von vorne nach hinten. Wir wollen nicht die Keime vom Popo hier irgendwo haben. Nicht gut. Und deswegen ist diese Richtung immer die richtige. Wenn ihr so einen Baumwolllappen habt und der ist schön warm mit warmem Wasser und ihr habt irgendwo ein bisschen Mandelöl drauf, dann könnt ihr also zwischen den Labien vor allen Dingen ganz vorsichtig hier in diese Richtung wischen. Empfiehlt sich natürlich, wenn ihr jetzt hier gewischt habt, dass ihr dann die andere Seite, die saubere Seite des Lappens nehmt und dann die andere Seite auch reinigt. Hier, wo die Vagina anfängt, braucht ihr nicht säubern. Es geht wirklich nur um die Häute quasi und die Falten vom Oberschenkel, diese und diese und auch zwischen den Labien. Das ist das Wichtige. Die gehen einmal von oben bis hier unten hin. Und die kriegt ihr gut mit so einem weichen Lappen ganz locker und easy gereinigt. Und im Anschluss, ganz ganz wichtig, mit einem sauberen, trockenen Baumwolllappen, trocken tupfen. Manche föhnen auch gerne, aber Hauptsache das Ganze wird trocken gehalten. Das ist ganz ganz wichtig. Jetzt kommt es darauf an, was ziehe ich denn jetzt über diese wunderbar gereinigte Vulva und Geburtsverletzung an? Mit dem Surfbrett haben wir schon gesagt. Aber was kommt da drüber? Und da bieten sich entweder die guten alten Netzschlüpfer an. Das sind so Unterhosen aus Netz, weil die sehr durchlässig sind. Habt ihr sicherlich vielleicht von eurem Geburtsort der Wahl mit nach Hause bekommen. Gibt es auch zu kaufen. Oder aber einen schönen, lockeren Baumwollschlüpfer. Eine Baumwollunterhose, die ja wie bei Oma Anna aussieht, aber er ist luftdurchlässig und bequem. Oder aber, was man auch machen kann, sind die guten, weiten Baumwoll-Boxer-Shorts vom Partner. Könnte man auch machen. Das Credo ist, es muss locker sein, locker sitzen, Luft drankommen. Dann macht ihr da erstmal alles richtig. Irgendwann versiegt der starke Wochenfluss. Gerade so nach den ersten Wochen wird es weniger. Und man denkt sich ja, dieses Surfbrett, das brauche ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Was kann ich denn hier machen? Hier ist eine große Empfehlung, die Periodenunterwäsche. Die Periodenunterwäsche ist so konzipiert, dass es quasi trotzdem trocken hält, aufsaugt, luftdurchlässig ist. Und damit habt ihr eigentlich alles richtig gemacht für das kleine Wochenbett, sage ich mal, wenn es schon wieder weniger blutet. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr was gelernt habt, dann zeigt es mir am besten durch einen Daumen nach oben. Einen Kommentar, auch was ihr euch vielleicht noch für Themen wünscht. Eine Mitgliedschaft würde uns extrem helfen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, viel Spaß und Tschüss. Bis dann, viel Spaß und Tschüss.